Musik Die geplante Bevölkerungshalbierung sorgt nicht nur innerhalb der Koalition für einigen Diskussionsstoff. Vor allem die Kriterien, nach denen ausgewählt werden soll, sind doch völlig offen. Das liegt ja auch gar nicht in unserer Natur. Einfach wieder mal Mensch sein. Halt dir sein. Du bist sämst. Du bist völlig langsam. Du kommst nicht fix. Du kommst nicht auf dich. Du bist auch smart. Haben Sie denn keine Angst, dass die neue Regelung missbraucht werden könnte? Dass Menschen unter Druck gesetzt werden könnten als Frauen? Müssen wir eine klare Frauenquote einführen. Wie soll die aussehen? Eine Frau darf nur durch eine Frau ersetzt werden. Ganz einfach. Da haben wir es wieder. Eine Frau wie ich soll sich opfern. Eine Frau mit meinem Bildungsstatus. Eine Frau, die den Score locker bestehen würde. Frau soll sich mal wieder selbst aufbauen. Aber das wäre solidarisch. Der dumme Mann hier nicht so blöd dasteht. Das würde sich ein Zeichen setzen. Wir werden die Gelegenheit nutzen und hier mal ordentlich aufräumen. Danke schön. Frau Weißer. Danke schön. Endlich kommt der ganze Dreck weg. Wären Sie denn auf der Seite derjenigen, die... Ja, ich muss natürlich bleiben. Ich habe eine große Firma. Verantwortung. Ja, und meine Frau bleibt auch. Welcher Sender? Gar keinen. Nur das Schleimann und das Rauschen. Wieso? Ja, komm zu. Das ist Dicken nicht mehr her. Welches Dicken? Ja, hörst du das Dicken nicht? Ja. Ja, hörst du das Dicken nicht?